Willkommen zur K-Messe 2022 in Düsseldorf mit Marabou. Wir zeigen Siebdruckfarbsysteme für Automotive Interiors, weiße Ware und verschiedene Arten von Kunststoffflaschen. In diesem Video blicken wir auf Tampondruckfarben für Babyflaschen, Schnuller, Werbemittel und Spielfiguren. Diese Babyflaschen und Schnuller wurden mit unserer zwei Komponentenfarbe Tampatex CPX bedruckt. Sie entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3 und kann auf nahezu alle Kunststoffe gedruckt werden. Unsere Farbkombination aus Magua Color MAC und Magua Code MAF eignet sich für die Dekoration von Spielzeugfiguren. Die Farben werden nicht gedruckt, sondern durch Spüren oder mit dem Pinst aufgebracht. Das dritte Farbsystem ist die Tampar Plus TPL. Sie ist perfekt geeignet für den industriellen Tampondruck. Damit können Bedienelemente, Gehäuse jeder Art, aber auch Spielzeuge und Werbemittel bedruckt werden.